Ich bin ein Wein vorne, ne? Richtig, du bist ein Glas Wein. G-U-T-S-C-H-I. Gucci. Marco Rose wird beklatscht, habe ich sogar stehen. Ich sage, ich muss schnell machen, sonst nicht das erste Tor schon fällt. Seite, da ist Gio Reyna, bringt den Ball vor, Tor! Und da wäre viele, die wirklich technisch hervorragend ausgebildet sind. Wie gut die U23 und U9. Oben links, oben links. Oh ja, das ist gut. Auf den zweiten Pfosten wird erstmal gewährt. Marco Reus nimmt ihn direkt. Jürg von Matt, die ganze Truppe einfach rein. Daniel Mahlen haben einige gefragt, der ist heute noch nicht im Kader. Marco Rose verlangt wirklich richtig viel von den Jungs. Die müssen auch ein wirklich, oh schöner Ball. Ein, was sie macht. Oh jetzt, schön. Oh jetzt, schön. Da muss ich mal kurz unterbrechen. Nobby, Doppelpass mit Tickets und doch. Das war ein Schritt. Ehrlich. Das war ein Schritt. Jetzt ist aber Sansone recht frei. Und der findet einen sehr, sehr guten Eindruck, macht es natürlich. Gehütet wird. Der auch. Es mag sein. Jetzt Marco Reus auf Erling Haaland. Von Nico Schulz rutscht. Na, äh. Erling Haaland, Marco Reus und Steffen Tickes im 16er. Jetzt war der körperpolnische Torhüter. Ja, keine Probleme. Den Ball. Mats Hummels sehe ich jetzt hier gerade. Geht Richtung Bank. Oh, ho, ho, ho. Immer wieder. Diese Chipbälle auf, äh. Weil die haben wir zum Beispiel von nachher an. Emre Can. Mats Hummels haben sich gerade auf die Bank gesetzt. Wo man eben. Julian Brandt ist da jetzt frei durch. Das sieht Marco Reus. Oh, Erling. Oh. Besser kannst du es nicht machen. Aber er kommt da. Schöner Pass jetzt von Marco Reus. Brandt sieht am langen Pfosten. Johannes Sturm. Super Zusammenspiel da. Jetzt ist Erling Haaland durch. Skurupski wirft sich davor. Gio! Da auch die Partie zur Trinkpause. Und dann sehen wir auch noch ein drittes Mal. Gio. Und damit wir uns das nochmal angucken, unterbricht Felix. Und dann einfacher Doppelpass zwischen Gio und Erling. Gio. Und dann Sturm. Gio! 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 Das prallen Nest. Nico Schulz, Steffen Tickes trifft den Ball nicht richtig. Jetzt die nach vorne spielt, in die Mitte. Ah, der Ball rutscht. Der Ball links, nochmal Steffen Tickes, gebracht, hoch auf den zweiten Pfosten, nochmal zurückgelegt, aber da erstmal zum Eingriff. Sehr gut gelöst, über die linke Seite Nico Schulz läuft sich schön frei, bringt den Ball, oder gut, er schießt mal, sehr schön aufgedreht, da passt von Meloni, eher können sie dann den Jungs der ersten Mannschaft helfen, jetzt gucken wir mal, ein Doppelpass nochmal, und da, wenn der Ball nicht ganz so vielleicht chippen, richtig gut, aber das war schon nicht schlecht, findet wieder Marco Reus, bleiben im Ballbesitz, aber bei den Flankpass, der jetzt in den 16a eindringt, aber auch, jetzt doch nicht, und was wir euch, bevor Moderhut drankommen konnte, war noch ein Italiener dazwischen, aber der, oh, den kannst du besser nicht machen, mich freut's für Lennart, so auch ein feiner Kerl macht er, und legt ihm den direkt auf den Kopf, und das, also, nicht wirklich gut geklärt, und dann Marco Reus sieht, das ist die 24., jetzt ist es die 42., das erste Tor, den Ball müssen wir nicht reden, der war 1a Sahne, und hier stark von Steffen, der einfach mit links sofort abschließt, auch ein bisschen damit spekuliert, dem niederländischen Nationalspieler, und Sydney ist in dieser Saison, kein Schrecken kriegen, es hat wieder mächtig geblitzt hier in der Nähe, könnte donnern, jetzt gucken wir mal auf den Luftzweikampf, Marco Reus versucht den direkt zu nehmen, aber der ist, Steffen Tickets verliert da das Duell gegen den Keeper der Italiener, nicht durch, Gio Reyna, auf der linke Seite, Julia Brandt, Ah, und Gio mit dem Fallrückzieher, auf der linke Seite, das ist natürlich auch einfach, von oben sagt sie immer einfach, genau, du guckst drauf, und der liegt ja schon fast nas vorbei, und dann kannst du nein schieben, sagt die Sturmlegende, vielleicht hat er da irgendwie den Fuß unglücklich abbekommen, und bei Julian bin ich mir nicht sicher, ob er in das Tor lupfen wollte, oder nochmal, Seite, versucht der Doppelpass mit der 7, der bringt den Ball vor das Tor, den FC Bologna, durchkombiniert jetzt, und jetzt startet Erling, aber da, in der 42. Minute, wirklich überragend zum 2 zu 0, acht auch durch, mal gucken, vielleicht kommt er nochmal an den Ball, wenn er das sieht, aber der sucht selbst lang, und wenn er jetzt in die Mitte guckt, dann hat er die Wahl aus Felix Pastrak und Steffen Tikkes, ist die Frage, ja, nein, er geht mit der offenen Sohle, und dann gucken wir nochmal, ja, er trifft, na bitte waren Steffen Tikkes und Felix Pastrak frei durch, und die kein problem sie mithalten können ob da noch jeder springt fast jetzt erst mal erling hauland auch so gesehen macht das gut zurückgelegt das ist schon vor der steht dann denkst du schon das wir haben fast jeden tag zwei einheiten hinter uns auch immer wieder kraft trainings haben die jungs schon sehr viel dazugelernt und denkt man auch die letzte woche vom ersten pflichtspiel in wiesbaden wird noch mal gut sagt geht gerne eins gegen eins auch mit dem kopf durch die wand und hat glaube ich kann hier gut gekreuzt von marco hat nein habe ich auch dazu führt dass jetzt im endeffekt auch zu machen deswegen zeigt einfach wieder sein richtig am anfang der saison das wird auf jeden fall nichts der geht jetzt auf und davon spielt auf mokoko jetzt okay auch ein junger spieler muss ich auch schon das ein oder andere mal aus und es ist nicht ein weiter drin bleiben die machen wir das jetzt perfekt der holung kurz geschaut aufgeschaut war eben verstehst du dich am besten verstehe mich eigentlich mit allen super der austausch so dass ich mit denen super verstehe wo man und ich spiel eigentlich mit allen gut mein tollter kollegen ist natürlich gehen immer gerne was essen kochen auch ab und zu mal was zusammen und ob dies lager oder nicht unterscheidet es nicht vielleicht intensität und die anzahl verfolgt habe vorher gibt es noch ein wechsel so jetzt kommt die vierte ecke für den bvb letztes jahr haben ja nur paar mit trainiert aufgrund natürlich von corona ist ja jetzt auch verfügbar das findet ihr wie immer bei uns im shop mal sehen der kapitän macht sofort das tape an ab